Jahrzehntelange Berufserfahrung machen uns zum Fachmann im Maschinentransport. Mit unserem kleinen Stapler transportieren wir Maschinen bis 3,5 Tonnen direkt aus der Werkstatt oder Fabrikhalle ins Freie und verladen sie auf unsere Fahrzeuge. Mit unserem modernen Equipment können wir Maschinen auf engstem Raum bewegen. Natürlich transportieren wir mit unserem modernen Fuhrpark auch andere schwere Lasten wie Tresore oder Baumaschinen bis maximal 30 Tonnen. Und wenn die Maschinen etwas größer sind, kommt unser großer Stapler mit einer Nutzlast von bis zu 10 Tonnen zum Einsatz. Dadurch ist ein zeit- und kostengünstiger Transport garantiert. Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gerne und verwirklichen Ihre Wünsche und Ideen.